So, der Schilling meldet sich zurück aus der Welt von Shakes and Fidget und zwar mit dem größten Update seit dem Turm, würde ich mal sagen, die Hexe war auch noch dazwischen, und zwar das Dämonen-Portal-Update, auf welches alle Spieler spätestens seit dieser fehlerhaften Verzauberung hier, die ist jetzt nicht mehr, die ist schon ausgebessert, darauf gewartet haben, da stand hier Dämonen-Portal betreten und dann kam raus 100 neue Dungeon-Gegner und so weiter. Ja, die gibt es, und zwar 50 für die Gilde, das Dämonen-Portal für die Gilde erreicht man hier oben über diese Knöpfe, kann man betreten ab Stufe 99 und dann gibt es für jeden Spieler Solo auch nochmal ein Dämonen-Portal, dieses hier, das wurde ein bisschen angepasst hier, da hat der Turm nach rechts verschoben und so weiter, das heißt, sobald man die ersten 9 Dungeons, also diese andere Übersicht, erledigt hat, kommt man hierher und hat dann auch das Dämonen-Portal. Das unterscheidet sich von anderen Dungeons, und zwar in der Hinsicht, da kann man nur einmal am Tag hinein, einmal hier und einmal da, also insgesamt zweimal, und ja, öfters geht nicht. Das heißt, man hat einen Versuch am Tag und danach, hier steht dran, wie viel Leben der noch hat, denkt man sich, äh, what, haben die nicht immer 100%? Nein, denn diese Gegner speichern die Lebenspunkte, das heißt, ich füge dem, sagen wir mal, okay, mit dem Charakter schaffe ich den jetzt 100%, aber ich füge dem, sagen wir mal, 30% zu, dann hat er 70% und um Mitternacht heilt sich jeder Gegner, sowohl aus der Gilde, als auch der Solo-Gegner, um 10%. Also um 0 Uhr heilen sich alle um 10%, das heißt, man sollte rein rechnerisch als Gilde und Solo mindestens 10% zufügen, um den irgendwann zu schaffen. Das heißt, am Anfang eines Servers vielleicht immer am Ende der Alu machen, dann ist man logischerweise stärker, ist noch voll geskilled und so weiter und so fort, ja. Und von denen gibt es hier 50 und drüben 50. Wenn man die schafft, bekommt man erstmal nichts, keine XP, kein Gold, keine Epics oder sonstige Dinge. Man sieht auch schon, was die hier so haben, Stärke 6.000 und Ausdauer richtig viel, aber wer denkt, das ist viel, der hat die Gildenportal-Gegner noch nicht gesehen, die haben nämlich noch viel, viel, viel mehr Ausdauer. Keine Ahnung, warum das da diesmal so gelöst wurde mit so krass viel Ausdauer, hätte man nicht einfach sagen können, okay, der hat einen Trank mit Ausdauer plus 10.000% oder so. So, den habe ich jetzt geschafft. Der nächste kommt, der Metzgermeister. Bis morgen. Heute geht nicht mehr. Ich habe jetzt also sieben Gegner hier erledigt und sehe mir dann kurz mal hier meine Ausdauer an, beziehungsweise fahre mit der Maus über die Lebenspunkte. Da steht nun dran, Portalbonus Dungeon von 7%. Das heißt, diese Gegner geben nicht wie die Türme zum Beispiel einen Bonus auf Gold, sondern der Solo-Dungeon, Dämonenportal-Dungeon, wie auch immer, der gibt einen Bonus auf die Lebenspunkte, nicht auf Ausdauer, sondern dann am Ende auf die Lebenspunkte. Und der für die Gilde, das ist dieser hier, da sind wir jetzt beim fünften, betrete ich auch mal. So, hier, das hier, 1, 2, 3, 1, 2. Ja, der hat auf jeden Fall schon mehr als eine Million. Und das mit Stufe 224. Man sieht, da geht nicht viel voran, aber da können auch 50 Leute angreifen. 255 Leute insgesamt, 10%. Das wird hoffentlich zu schaffen sein. So, das war's. Jetzt sehe ich hier, aha, ich habe es von 87 auf 78 geschafft. Ja, und da können noch einige angreifen. Sieht man auch an der Farbe hier. Das ist am Anfang noch ein bisschen verwirrend manchmal, wenn da auch Kämpfe dazwischen kommen, sieht man das nicht ganz so genau. Und wer vielleicht diesen Button manchmal nicht hat, da gab es am Anfang einen Bug irgendwie, gibt es den Befehl. So, Portal Guild. Und dann würde man hineinkommen, also so nochmal der Befehl. Dann kommt man automatisch hinein, auch wenn der Button nicht da ist. Aber ich habe heute schon mal gekämpft, das heißt, yo. Gut. Soviel dazu. Diese Boni, die werden ganz am Ende drauf gerechnet. Das heißt, zuerst kommt noch der Effekt von dem Trank. Dadurch ist der Schaden dann XY. Und danach, auf diese ganzen Prozente nochmal drauf, werden von dieser Zahl 4% hoch gerechnet. Oder 7%. Das heißt, auch der Lebenstrank wird vorher schon mit einberechnet. Das heißt, das sind dann praktisch 7% von nochmal diesen 50% auch dazu. Das ist schon eine ganze Menge. Wenn man bedenkt, das geht bis 50%, ich weiß ja nicht, wie viele man so schafft am Anfang, aber das Fazit wird natürlich sein, dass erstens auch jetzt Mages einfacher den 130. schaffen können. Den Dungeon, nicht immer nur die Kundis. Und weiteres natürlich schaffen wir die Kundis noch viel früher. Also, ich würde mal sagen, in den nächsten Tagen haben zumindest die Top 100 auf jedem Server auf jeden Fall die 130 alle. Ich meine, die hatten, das weiß ich schon, hatten das schon vorher. So, da kann man auch ein bisschen nachsehen, was die anderen so haben. 7% hier und bei der Gilder 13%. Genau. So, 127. Aber das Portal von 1%. Da wurden wohl einige Tage verpasst. 7%. Also, 7 kann man bis heute haben. 5. Genau. Das ist mal das große Update. Dann gibt es noch kleine Änderungen, wie zum Beispiel, man sollte jetzt jeden Tag, und das werde ich auch hier machen, deshalb steige ich hier im Rang auf, auch wenn ich das nicht möchte, wegen anderen Angriffen und so. Man sollte Arena-Kämpfe durchführen, für die man Ehre bekommt. Und zwar kann man hier dann nachsehen, Arena XP, also Slash Arena XP für Experience. Dann sieht man, 2 Fights Rewarded with Experience Today. Das heißt, für 2 Kämpfe habe ich heute Erfahrungspunkte bekommen. Das ist nur ganz, ganz wenig, aber für die ersten 10 bekommt man jeden Tag XP. Ich kann mal hier nachsehen. 5, 9, 4, 2, 2, 9. So, obwohl, Moment, ich mache das hier. Denn bei dem anderen. 2, 1, 0, 5, 5. Greife jemanden an und hoffe, dass ich gewinne. Oh mein Gott, da verliere ich auch noch. Weil der leider keine Tränke hat und ich rutsche immer nach oben und die sind alle, ja, keine Ahnung. Stärker natürlich mit niedrigerem Level, weil die volle Tränke haben und so. Da kann man nichts machen. Dann mache ich es hier auf dem Server. So, da ist auch eine Quest fertig. 150 bin ich hier und muss einige Dungeons machen. 7, 0, 3, 8, 9. Hier bin ich leider auch. Ich habe schon lange nicht geblättert und so wegen den Videos eben. Ich wollte mir das alles aufheben für die Videos. Jetzt habe ich mir die Zahl nicht gemerkt. 7, 0, 3, 8, 9. 7, 0, 3, 8, 9. Es ist ganz wenig, aber, ja, war natürlich so klar. Man kann es einfach selbst ansehen. Es ist ganz wenig. 10 Mal am Tag bekommt man das. Wenn ich schon dabei bin, man verliert jetzt auch zu 100% immer Ehre, wenn man verliert. Früher war es ja so, wenn ich jemanden angreife, ganz oben, sagen wir mal hier, und ich würde verlieren, würde ich nichts verlieren und er würde auch nichts bekommen. So, aber jetzt ist es so, auch solche Angriffe, da verliert man 20 Ehre, mindestens immer. Denn das ist genau deshalb, um solchen Dingen vorzubeugen, dass man einfach irgendwie den ganzen Tag lang mit Rang 100 einen Rang 10er angreift und irgendwann gewinnt man. Ist ja logisch, wegen den Prozenten und den Ausweichen und Crit und so. Ja, aber da verliert man jetzt auch immer und das soll dem vorbeugen. Gut, und das waren die großen und größten Änderungen aus diesem Update. Dann gibt es noch nette Features, vor allem für Leute wie mich, die Videos machen. Man kann sich den letzten Gildenkampf über diesen Button jederzeit nochmal ansehen. Oder auch Raid, je nachdem. So, das heißt hier, zack, zadack, sehe ich, okay, wir haben leider knapp verloren. Und das kann ich nochmal und nochmal und nochmal. Und danach um 16.25 Uhr kommt dann der nächste Kampf und dann wird der hier gespeichert. Genau, da wurden einige Bugs gefixt. Irgendwas mit dem Hütchenspieler. Da kann man nun mehr Gold setzen. Dann irgendein seltener Bug, den ich noch nie gesehen habe im Zauberladen. Und ja, das war im Großen und Ganzen das Update, ich muss echt sagen, sehr fein. Es stehen dann noch so Sachen dabei, wie das Maximallevel wurde von 400 auf 500 erhöht. Ja, also es war sowieso noch niemand 400, aber wusste nicht mal wer. Ich glaube, es stand irgendwo, ich dachte, es war ein Gerücht. Jedenfalls kann man jetzt sogar bis 500 leveln und im Zuge dessen bekommt man noch mehr XP als ganz High Level. Also diese Bremsen, unter Anführungszeichen, wurden ein bisschen entschärft. Aber davon merkt man, sag ich mal, erst ab 3.50 Uhr so richtig was oder 3.25 Uhr so in etwa, dass man da mehr XP bekommt. Das heißt, man levelt schneller. Ja, und eben als Fazit wird man auf jeden Fall jetzt einige Gilden sehen, die Raid 50 schaffen, die 130 Dungeons viel früher schaffen und all solche Dinge. Denn das sind richtig viele Prozente, die man dann nach ein paar Wochen bekommt. Und da wird man schon um eine ordentliche Schippe stärker. Ja, jetzt check ich nur noch kurz durch, ob ich irgendetwas Wichtiges vergessen habe. Die Verzauberungen, ja, das ist auch ganz nett. Früher konnte man hier ein Item verzaubern, dann war es verzaubert, dann konnte man es nochmal verzaubern und hat Gold verloren, obwohl es schon verzaubert war. Das geht jetzt auch nicht mehr. Ja, Sammelalbum, da gab es auch Bugs wegen alten Accounts und so mit 100%. Da haben jetzt alle 100%, die es auch haben sollten. Gut. Yo, 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 yo. Genau, das war das Portal-Update. Ich muss sagen, ganz nett. Auf jeden Fall, für jeden Tag gibt es jetzt was zu tun und ein, ja, neuer Anreiz, dass man auch echt jeden Tag reinschaut. Weil ansonsten, wenn man mal einen Monat, einen Monat nicht da ist, würde ich sagen, verliert man hier gleich einige Prozente und verliert auch den Anschluss. Man muss ja nur einmal reinschauen, wenn man sagt, ich kann gerade nicht, bin nicht so aktiv. Einfach einmal reinschauen, die Portal-Gegner hier machen. Kann das bei denen auch kurz machen. So, hier bin ich beim fünften, den habe ich einmal nicht gesamt geschafft. Da hat ihm noch so viel gefehlt, den werde ich jetzt auch nicht ganz schaffen, denn mir fehlen die Tränke leider. Genauso bei dem könnte es sich aber ausgehen. Achso, den habe ich gestern auch nicht ganz geschafft. Oh, Intelligenzgegner, ja, logisch. So, jetzt ging er down. Habe ich sechs Prozent, das passt. Gut, und dann würde ich einfach sagen, geht es beim nächsten Mal weiter. Schicks mam forward.